Mein Job ist es ja, die besten Trainer des deutschsprachigen Raums für die zukünftigen Sommees zu suchen und zu finden und einzusetzen. Und das zu finden, dieses Gespür, offensichtlich war das in diesem Jahr ganz besonders. Denn wir haben noch nie eine Gruppe gehabt, die so gut abgeschnitten hat wie ihr. Das war's für heute. Ich wollte mich nur ganz kurz bedanken bei euch für die kompetente Ausbildung. Ich bin sehr wohl gefühlt bei allen von euch und bei euch, dass ihr einfach wisst, von was ihr redet. Und das ist einfach das, was mich sehr gut gefällt. Weil halt doch in dieser Branche viele Leute Lavendel erzählen, sagt man bei uns. Und bei euch war ich mir auch dessen sicher, dass das passt, was ihr sagt. Es hat mir unglaublich getaugt und ihr seid alle Charaktere, das merkt man, jeder für sich, jeder auf eine andere Art. Aber ihr seid alle Charaktere. Und es hat mir unglaublich getaugt und ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr uns da so gut drüber begleitet habt. Ja, danke schön. Bravo! Sehr selbstkritisch sein. Sehr selbstkritisch sein und dadurch den Ehrgeiz erzielen und sich dahinter klemmen. Naja, für mich war der Unterricht einfach mehr als nur Unterricht. Das war einfach eine große Reise, voll das Erlebnis und ich habe so viel gelernt. Ja, die Lehrer tragen natürlich auch einen wesentlichen Beitrag. Also, ich glaube, das gesamte Angebot hat passt. Unglaubliche Lehrer, Teamgeist und Gruppendynamik. Es war jeder sehr diszipliniert und qualitätsorientiert. Natürlich die Trainer vom Spaßfaktor her eben auch. Das war das, was mir gefallen hat. Dass es eben wirklich auch ein bisschen Witz in der ganzen Sache gibt. Und dass man sich über irgendwas unterhalten kann, ohne dabei jetzt in Fachsinnbeleien zu versinken. Wir waren eine sehr dynamische Gruppe. Wir haben wahrscheinlich schon ein sehr gutes Basiswissen auch gehabt. Wir waren engagiert, ruhig, aufnahmefähig. Und mit der riesengroßen und faszinierenden Unterstützung von euch, so wie von Subi, Carol und von dir, Norbert, kann man nur sagen, besser kann es nicht sein.